Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen kleinen Runde Flash. Heute mal wieder nicht mehr dabei, äh, nicht alleine, so, mein Gott, habe ich es heute. Einmal ist der liebe Robbe dabei. Das machen wir noch lange. Und die Schmelfie. Guten Tag. Die immer noch kein Bild hat, aber egal. Ja, wird dann irgendwann noch kommen. Ein paar Monate. Irgendwann. Sagte sie. Wuhu. Gott. Ihr müsst dazu wissen, diese Map habe ich noch nicht so oft gespielt. Das deprimiert mich gerade erneut. Robbe, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, ich dachte mir auch gerade so, hey, ich mache mir mal Kopf an Kopf. Oh, da kommt man ja nicht rüber. Das geht doch nicht. Natürlich kommt man da rüber. Es hat Robbe ja auch geschafft. Ja, das ist halt so, ne? Und ich war da eben gerade auch schon einmal drüben und dann bin ich richtig blutgefahren. Deprimieren viel. Wir haben eine Sturmwaffel hier drin, ne? Was? Jemand mit dem Sturmwaffelskin. Ich wollte gerade sagen. Jetzt werde ich die Folge nennen mit Sturmwaffel, what's up? Und Mr. Stresspick berichtet darüber. Ja, natürlich. Das ist wirklich der Sturmwaffelskin. Das ist ja das Coole. Ich mag Sturmwaffel. Sturmwaffel ist cool. Ich kriege gerade diesen ersten Teasing-Sprung, Micha, ne? Dich auch nicht. Ich habe erst vor kurzem bei Kedos gesehen, wie auf Art mit dem Wasser, also beim zweiten Checkpoint, Total bescheuert. das eigentlich gedacht ist. Das macht aber keiner. Hey, ich bin nicht Letzte. Doch, Kedos. Ja, Kedos. Und ich will jedes Mal in die Kommentare schreiben, Kedos! Ich bin vernünftig. Ist das dein Ernst? Ich bin nicht Letzte. Das ist, das ist, äh... Natürlich bist du Letzte, nur eben nicht alleine. Naja, aber von der Letzte her nicht. Toll, danke! Bitte. Das heißt, ich muss wenigstens eine Checkpoint hin kriegen. Oh, ey, ich... Das ist eine richtig tolle Folge. Ja, kannst du den Titel nennen. Robbe gewinnt auch mal. Oder vielleicht kein Kopf-an-Kopf-Rennen. Alter, wie springe ich denn hier gerade? Ja, mach weiter so. Weißt du, ich hätte es einmal fast geschafft. Das geht nicht. Das ist, das ist, das ist nicht möglich. Es ist... Aber Schmeifin. Ja. Deine tollen Kommentare spielen gleich Herbst. Nein. Deine Lieblings-Map. Nein? Doch. Ich bin GTA, das ist meine Lieblings-Map. Nein, GTA ist nicht deinem Lieblings-Map. Doch. Nein! Oh, dann... Nein! Nein! Weißt du, das sind so Momente, wo ich es liebe, dass ich keine Facecam benutze. Läuft. Es ist nicht dein Ernst. Es ist jetzt nicht dein fucking Ernst, Robbe. Bitte. Dass ich gerade diesen ersten Checkpoint... Nicht total blamiert. Nicht total blamiert. Yes! Ich wollte das aber schaffen, bevor du den Checkpoint hast. Ja, war mir klar. Oh Gott. Nein! Das wäre so schön gewesen. Das ist echt deprimierend. Was? Dass du immer noch keinen Checkpoint hast? Jetzt bin ich wieder Letzte, danke. Deswegen wollte ich ja den ersten Checkpoint. Ich warte mal nicht, ne? Nein, gehen Sie in den Ziel. Oh, ein Lieblings-Map. Wann hauen wir nämlich gleich noch eine Runde hinten dran? Du, ähm, du kannst theoretisch so ein kleines Fenster einbauen, aus meiner Sicht. Ich hab die einfach mal spaßeshalber mit aufgenommen. Nein, tue ich nicht. Du, wir haben es jetzt... Das war so ein perfekter Run. Leute, ihr müsst wissen, wir haben es jetzt zehn vor eins. Und ich hab das Vergnügen, ich darf schon wieder um sechs Uhr aufstehen. Und damit ihr diese Folge noch siehst heute, darf ich die natürlich fertig machen, bevor ich zur Arbeit gehe. Und wenn ich jetzt auch noch Robes Sachen mit einbaue, dann komme ich gar nicht mehr zum Schlafen. Also tut mir leid, ich werde Robes sich nicht mit einbauen. Nun ja, ich meine, ich würd's ja selbst machen, aber... Also selbst hochladen, aber ich hab den Ton vergessen, es aufzunehmen. Wie kommt man über diesen dritten Sprung? Ich komm da nicht rüber, ich bin da zu inkompetent für. Später abspringen. Ähm, erster, zweiter, dritte... Ja, später abspringen. Was ihr auch richtig viel hilft, ne? Ja, ich bin im Ziel! Wow! Dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde. Tschüss! Und wir kommen zur zweiten Runde, und zwar Herbst. Nur, um Schmelfien zu mobben, auch wenn ich die jetzt wahrscheinlich auch verkacken werde. Das macht ihr doch immer. Ja, das ist doch nichts Neues. Ja, ja. Ja. So. Einfach so, da gibt's auch nichts zu leugnen. Ich werd hier grundlos gemobbt. Grundlos? Ja. Nee, ich hab's durchaus einen Grund, dich zu mobben. Was ist ein Grund, dich zu mobben? Kannst du aufhören, so zu lenken? Also ich habe einen. Ruf zu LPS sind nicht toll. Deinen Kanal! So, wenn du das in Ordnung gebracht hast, mobb ich den nicht mehr. 20.000 Abonnenten. Geh da mal bitte vorbeigucken. Ja, natürlich. Nein, natürlich nicht. Warum krieg ich den dritten Sprung nicht hin? Weiß ich nicht, vielleicht weil du blöd bist. Ach so. Nicht, das macht er jetzt nicht schon wieder. Nein. Ihr müsst wissen, Leute. Liebe Pädakteur und ich haben vorhin schon mal eine Runde zusammengespielt. Und da hat er mich schon mal abgezogen. Ich möchte dich aber abziehen. Ich krieg gerade diese einfachsten... So, jetzt ganz ruhig. Nein, nein. Ja, ist schon traurig, ne? Ihr könnt mal ein bisschen kommentieren dazu, dann kann ich mich ein bisschen konzentrieren. Ja, ich bin halt auch dabei, mich zu konzentrieren. Ich krieg diese scheiß Sprung nicht hin. Okay, Schmeffin, du kriegst es eh nicht hin, also kannst du auch kommentieren. Geht. Ich hab sogar schon den ersten Checkpoint. Nein! So, jetzt reicht's aber, jetzt zeig ich's euch. Okay, Schmeffin, ich hilfst wieder zurück. Ich hab dich doch lieb. Du bist wie sie mein kleiner Schmetterlingsdelfin. Muss man überlegen, wie du alle kennengelernt hast, ne? Da kommt dann irgendwann irgendwann ein Auflösungsvideo. Drei Aufnahmen, drei verschiedene Leute, dreimal mit mir. Ihr könnt ja mal in die Kommentare raten, wie ich die ganzen Leute kennengelernt habe. War die Anspielung von mir schon zu groß? Nein. Nein! Ruhe! Du, dafür müsste dir ja jemand zuhören. Ja, stimmt's. Hartes Mobbing hier. Am Start. Ja, aber gerade deswegen gucken die Leute doch mein... Verdammt, hier ist der Sprung. Aber Leute, gerade deswegen gucken die Leute doch meine Videos. Aha, so gewinnst du also deine Zuschauer. Einfach durch Mobbing. Ja, die Leute stehen drauf. Ach so. Also ich krieg nicht, ich fiel den zweiten Checkpoint. Ich fiel mir so ein Scheiße. Gott sei Dank. Mein Gott, ich hasse das mittlerweile hier. Warum wolltest du das dann spielen? Ich hasse nur diese eine Stelle, wenn ich die einfach nicht hinkriege. Also ich hab so meine Tage, dann rushe ich hier durch die Map durch. Und dann hab ich Tage wie heute, wo ich fünf Jahre brauche. Aber der liebe Pedakteur kommt auch nicht weiter. Doch! Und der ist hinter mir! Mann! Ich dachte, du wärst das bei Checkpoint 3. Ich krieg den ersten Sprung nicht hin. Wow, es hat gerade mega geleckt bei mir. Oh Gott. Es leckt bei mir gerade durchgehend. Jetzt fühlst du dich mal wie ein Schmähvieh. Nein, Pedakteur ist hinter mir! Aber der King von Rennert, was denn los? Der gewinnt noch. Ich seh es kaum noch. Wenn du jetzt skype, geh doch nicht ein. Oh Gott, es ist so schrecklich. Ich sterbe gerade an den blödesten Stellen überhaupt. Die habe ich. Also ganz ehrlich Leute, wenn ich nicht aufnehme, spiele ich diesen Map wesentlich souveräner. Auch das kenne ich. Ich komme zum Beispiel mal zum zweiten Checkpoint oder zum vierten, aber das müssen wir nicht sagen. So. Wow. Nein! Und dann rutsche ich ab. Mann! Pedakteur, stirb! Stirb! Schaffst du den ersten Sprung nicht? Den kriege ich ja sogar hin. Das ist ja peinlich. Ja, ich springe ein bisschen zu früh. Ein bisschen. Das ist doch nicht wahr. Ja, der dritte Sprung, der ist echt schwer. Oder der zweite. Der scheiße. Der ist nicht schwer, der scheiße. So. 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 Bin ich die Beste. Natürlich. Dann tust du ja schließlich gerade nur so für meine Videos. Ja. Ja. ETR macht auch immer fünf Minuten. Ja klar, nein. Zwei. Achso, ja, Entschuldigung. Das war ja, als der Timer lief, ne? Habe ich jetzt zu spät angeschaltet. Ja, zu früh meine ich, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen. Alter. Mann, ich war schon wieder auf kurz vor. Und ich springe zu hoch. Oh, es ist doch deprimierend. Ja, wenn du vom Checkpoint stirbst, ne? Ja, ja. Alter. Nein. Der Nächste ist hier. Ja, ich komme gleich auch. Ich muss nur wieder reinkommen. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Vorher, vor der Aufnahme, habe ich eine einzige Runde Flash gespielt. Davor war ich noch weg. Ja, und eine Runde reicht auch, um reinzukommen. Nein, anscheinend nicht. Candylands muss ich wieder abkürzen. Lamm nicht klar. Du, das ist total lame, wenn man Runden abkürzt. Es ist doch möglich. Und du kürzt den Holzweg auch ab. Wie bitte? Du kürzt den Holzweg genauso ab. Hä, wie kürze ich denn da ab? Ja, bei dem Checkpoint. Hä? Wie mache ich mit den Teleportern? Hier. Das ist doch kein Abkürzen. Doch, letzten Endes schon. Nein. Sondern ein anderer Weg. Abkürzen wäre, wenn du das wie bei GTA machst, wo man es ums Auto herumlaufen kann. Das ist Abkürzen. Weißt du, wo man an der Stelle langläuft? Ich bin gerade eben nur irgendwo hochgeschwommen, um die Sprünge nicht zu wiederholen. Oh Mann. Gobble, wo bist du? Ähm, weiter vorne. Kurz vorm Checkpoint. Boah Mann, wie es gerade ruckelt bei mir. Ich habe meinen Skype ausgeschalten, ist besser. Wie kriegt man diesen dritten Sprung dahin? Musst du einfach schaffen. Schön. Mann, ey, schon wieder zu früh. Guck mal hier. Guck mich an. Jetzt schaffe ich es nicht, weil ich es... Doch, ich habe es geschafft. Knack. Komm, 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 komm. Ja, zweiter Checkpoint. Jetzt gucke ich mal, wie lange wir schon aufnehmen, ganz professionell, mitten in der Aufnahme. Okay, dann würde ich sagen, wir warten jetzt nicht noch, bis Eis ist. Sag mal einfach, dass es jetzt ist. Ich beende mich einfach mal. Ihr habt euch gefallen, wie immer auch bei Robbe und Schmelfien vorbei. Die freuen sich bestimmt ganz doll. Ich muss auch ein Video schneiden, nennst das online. Ja, bei mir gibt es auch sehr viel zu sehen. Ich bin auch letzter Checkpoint. Yes, yes. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.